Das war einmal der Lebensraum für vier Rehe und zwölf Fasanen. Solche Biotope wird es hier bald nicht mehr geben. Dieser Lebensraum für viele Amphibien wird es so bald nicht mehr geben. Gesunde Bäume mit einem Umfang von mehr als 60 Zentimeter fallen den Segen zum Opfer. Dieser Strauch hatte einmal eine blühende Vergangenheit. Er versperrte jedoch den Blick zum See. So wurde er zum nicht artgerechten Gewächs erklärt und gefällt. Die Spuren zeigen, die Arbeitsmaschinen wühlen sich durch das Biotop bis an das Wasser, schaffen so freie Sicht für die späteren Häuslerbauer. Dieser Baum trägt bereits die Male, die seinen Tod besiegeln. Die Spuren Die Spuren